grün 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 wenn ich auf dem dach leise dann landet hier keiner mehr da du hier ist wieder keiner ist kein fotzen scann wieder bestehen mit absicht da machen finde ich könnte müssen öfters empfinde jede malung bis hin zu seiten wo stehen aus protest sondern so ich komme ich alle wissen dass wir hier sind umso mehr kills einfach wo griechen sie rum unten bei der festung kriegst du eine einsame seele da ganze team da unten dass wir zum hd flüchten die Die holen einen Drop da Mh, haben sich den Drop denn geworfen? Zuwurf Ich bin schon wieder hier snipet worden Das ist so schlecht Das ist doof Ach du Scheiße Kommen wir hier schon Bin hier durch Ich wohne Bin hier die ganze Zeit schon auf uns selber? Nee, nee, der war schon den gebacken Gegner Der hat doch die Granate hier geworfen Alle hier über uns, Robert Nichts, Mensch Alle über uns Wir nehmen die Treppen nach oben Ach, da haben sie eine Mieter hingelegt Putzen Huren Wer sagt denn, dass du die Waffe wechseln sollst, Bastard? Hallo Wir müssen auf die Zone kommen Wo ist denn der Snoop Dogg, was hat der Genova? Ja Schaffst du nicht, Bruno Achso, ich müsste doch mal los sagen Das schaffst du nicht mehr Naja, komm doch Ich hab noch ne Maske Das schaff ich Zwistims Maske Ja, das wird easy Idiot Irgendwelche Leute auf dem Boot Ja, die nehmen den Chess-Ballon, wa? Ey, wir haben ja Die SCG mit dem Schuss Ach, hör doch auf, der luft hier oben ne Granate an die Wand Ich lauf direkt rein Ja, die SCG mit den 50 Schuss kannst du ja völlig mit Ton und Träten Ey, ich mach ja gar keinen Schaden Naja, sowieso Naja, die gefällt mir auch nicht mehr Dann rennt er aufs Boot, dass er einen Blick auf mich hat Und holt mich Mit Schlechtesten eben Was man sich vorstellen kann, ey Ah, Mike hat Totenstille, wenn ich gegen rum Ey, ne Nein, das ist nicht mehr Da kommen welche hinter uns Die Jensen sind hier im Gang, oder? Ich geh mal eins nach oben Vielleicht kann ich die überraschen mit der Totenstille jetzt Ach, die sind ganz oben Warte mal Hatschowik vielleicht noch Scheiße Ah, das war die, haben mich schon mal gesehen Alles klar Komm mir mal entgegen Ist wieder klar mit Totenstille, dass der mich dann sieht, ein Ich verstehe nicht, wie das Aim immer schlechter werden kann, die Ländermann spielen Ja So bin ich normal Dezentriert, die sind auf jeden Fall auf dem Dach Hm Mann, lass mich aber nicht Einer ist runtergesprungen gerade, wahrscheinlich aus Versehen mehr oder weniger Ja Möchtest du den hoch, um ein LNZ zu hier? Der liegt schon, und trot sich hoch den habe ich geklaut ne der bastarde um auf dem dach sind noch welche richtig viele sind ja dem ding war unter uns unter uns kommen die ohne alle zum dach lang gerade so viele nein ich spiele mit einem klasser auf dem dach ist nur einer glück Ich war noch nicht mal auf den Drop drin, ey. Ach, Chemikul-Dach. Sitzt ein Sniper. Hier, Wut-Serum. Ach, Sennsie 20 müssen wir natürlich mal spielen, weil wir bald mal eine Runde machen. Hier landet er bei der Dieken. Ja, Grad hoch, egal, den ihr holt. Das war so ein Linder-Bo, why don't you be my friend, bro? Ich hab doch mal ne Drohne geholt. Komm auch weiter. Was nehmen wir denn jetzt mit hier, ey? Liebst Gehärtet spielen eigentlich. Nein, hör mal Geist mit. Ach du Scheiße, der Präzis hat für mich. Ich drück mich auf. Aber sicher. Kannst du noch Prezi mitnehmen oder so? Das ist ja alles offen da unten dann. Oder wollt ihr Geld ablegen und was kaufen? Ich hab eine Drohne dabei. Hier ist noch Geld. Kannst du jemanden noch was holen? Ja, Dreck. Da unten wäre gut irgendein Anschlag, da ist ja ein Streiter. Und die, du weißt noch Geld, stimmt. Holt jetzt noch was oder nicht? Na warte, dann komm ich nochmal. Wollen wir über den Dieken-Tunnel gehen? Müssen wir nicht, ne? Oh, ist gar nicht. Wir müssen eigentlich nur oben bleiben, glaube ich, oder? Achso, ja, stimmt. Ja, ja, hast recht. So, hier oben steht er da, oder? Auf dem Dach, bei uns. Zwei oben da. Zwei oben da. Wollen wir jetzt vom Control da aus, äh, vom Chemical auspassen. Einen spricht jetzt schon runter. Letzte Team. Mhm. Bei hava sind sie. Außer Einer. Einer ist noch woanders unterwegs. Einen hab ich. Verenigt. Ja, danach won Snekt. anschlag aber noch ein pda mit hat ja gut die müssen hochkommen klar die sind in der luft mit dem okay dann müssen wir jetzt wirklich aufpassen die sind jetzt auf das war natürlich ein schlechter kein schlechter move von denen wird es noch mal spannend okay auf unserer etage warum seid ihr noch ausgegangen ich habe noch ein pda mit das ist ja noch einer das ist okay das ist okay Ich kann mal nochmal mitnehmen, den Seetzer. Why don't you want to be friends, my friends?